Du bist jetzt Bundesligaspieler, denkst du, du bist jetzt Nationalspieler, machst du dir zu, dass du zur Schule gehst? Und in dem Moment dachte ich, okay, vielleicht sollte ich doch zur Schule gehen. Tschüss. Ich habe internationale Einsätze mit Zürich gehabt, die waren diese Spiele. Ich habe mich zwischendurch auch schon verabschiedet von meiner Familie. Ich weiß nicht, falls ihr mich sucht, ich bin in Bangkok.